Expedition Tirelli und es handelt sich eben um eine Forschungsreise, die sich auf die Suche nach dem Tirelli begibt in Kitas. Bei dem Wort Tirelli denke ich natürlich an den Vogel, an den Vogelschlangen. Andererseits war das für uns aber auch während der Probenarbeit schon auch so eine Art Codewort. Also Expedition Tirelli hat für uns auch oder hat für mich auch so etwas Geheimnisvolles. Irgendwie ist es aber auch lautmalerisch für mich und steht deswegen vielleicht auch für das Prinzip, was das Stück Expedition Tirelli ausmacht. Hinter die Oberfläche, unter die Oberfläche zu gehen und zu forschen, was eigentlich dahinter steckt. Das kann auch ein geheimnisvoller Klang sein, es kann ein Geheimnis sein. Also was da genau das Tirelli ist, ich glaube, das kann sich dann auch jeder selber überlegen. Forschung 2. Wie klingen die Dinge hier? Vor Kindern, vor allen Dingen vor so kleinen Kindern zu spielen, ich glaube, daran ist die größte Herausforderung, dass es immer total unterschiedlich ist. Also man weiß eigentlich nie, was auf einen zukommt. Natürlich ist es immer so bei Publikum, aber bei Kindern ist es wirklich, die reagieren eben am extremsten, unterschiedlich und auch am ehrlichsten. Regenwand, verschwommenes Land, Blisse tollen, Donner rollen, es blitschert und klatscht, es trommelt und klatscht, es rauscht und klopft, es braust und tropft, eine Stunde lang. Die Reaktionen sind so direkt und unmittelbar und auch so nah miteinander im Raum zu sein, ist ein total aufregendes und wahnsinnig schönes Erlebnis und ganz anders als im Theater zu spielen. Himmel noch grau, Himmel bald blau. Sich da immer wieder eben so quasi neu darauf einzulassen und nicht von irgendwas auszugehen vorher, finde ich total spannend und herausfordernd und aber auch sehr, sehr schön. Forschung 3, leise und laut. Das Stück ist entstanden in Kooperation mit Tuki. Tuki heißt Theater und Kindergarten. Und wir haben dann angefangen mit den Kindern vor Ort Klänge in der Kita zu erforschen. Forschung 4, eine Stimme und viele Stimmen. Also es ist in gewisser Weise im Dialog mit Kindern entstanden. Wir haben es dann auch im Probenprozess auch den Kindern gezeigt und die haben auch ihr Feedback gegeben. Also es war auch so eben in dem Sinne ein Dialog zwischen Bühne und Kindern. Das Stück lebt davon, dass es jedes Mal ein bisschen anders ist. Und mit den Kindern wir uns wirklich auf die Reise begeben und idealerweise wirklich zusammen forschen und uns auf eine Klangsuche begeben. Wir benutzen eigentlich alles, was da ist. Wir fangen an mit dem Körper. Es startet wirklich bei uns selber. Wie klingen wir? Da wird der Körper abgetastet. Alles Mögliche kann klingen. Selbst die Haare können klingen, haben wir gemerkt. Wir benutzen dafür auch Mikros. Also Technik hilft uns dabei, fast mikroskopisch in so kleine Klangmomente hineinzuleuchten. Wir gehen auch ins Innere des Körpers. Also alles Mögliche, was erstmal hier der Körper vorgibt. Und dann gehen wir weiter in den Raum hinein und was gibt es da alles. Also der Sound ist überall für dieses Stück. Musik Es geht um ihren Farbe von dem Raum. NO Walpole In Sowie Untertitelung des ZDF, 2020